immer noch keine geißel aber die geißel kommt schon noch und damit und oderseits und willkommen zurück bei rainbow six siege willst du dir was kaufen er schreibt gänzels map 32 mal das soll also nicht spielen der playlisten mann seit ewigkeit mal wieder mir spielen was jetzt ge ist da eine herausforderung da ja interessant das sind wir ja aber geo nicht meine vier gab schon zugleich nach matten verteidigung entsprechen plan na komm schon hier ist eine drohe nach so bist du das ich habe hier wird eine gestört hier ist eine geheckte drone irgendwer müsste mal aus den kameras gucken direkt gar kein kreis mehr für störse nahe umfangs mäßig oder ist das auch schon länger nicht mehr doch also der war noch vor kurzem da so soll er durchgucken also ich bleibe hier bei der a-bombe du offenbar auch ich dem stück jetzt gibt es sogar ein schutz symbol für ich stehe im störsen da falls togepi anruft oder mehr gibt es gar nicht die haben hier einen gegner haben die den neuen redlock die traxtante schnellen störstern das ist cool ich stehe im hier machen sie rein sich was ist denn noch selbst platziert den störersender ja danke für die bilder wo sind die anderen grapschi grapsch haben wir grapschi grapsch die schüsse kommen jetzt aus dem osten irgendwie kamen die bei mir von rechts gerade bei mir aus dem osten und da war gar keiner ich hab jetzt nicht geguckt welche richtung aber ich hatte das auf dem rechten ohr und die war links also auch genau umgedreht Ubisoft das war doch schon mal irgendwie in meiner Meinung naja es hat immer wieder mal solche aussätze oh ne weiß nicht die traxt fallen finde ich jetzt nicht so interessant Ubana sieht komisch aus sieht jetzt aus wie so ein kleines kind vorher hatte sie ja eine kapuze und ja die haare im gesicht aber ein länglicheres gesicht jetzt so ein kugelrundes und Elite Outfit bei Ubana ist auch wieder ein ganz anderes ne wobei hm ja das ist ein neues ja das Outfit ja aber ich das gesicht ist glaube ich das gleiche wie bei dem bildchen bei dem neuen normalen Outfit wie gesagt ich weiß nicht wie sie vorher aussah na vorher hat sie halt auch die kapuze und aber ein länglicheres gesicht und nicht so kindlich sondern eher markant ich glaube die sind oben ne bei mir unten schießt schon jemand und die schießt durch die Decke ja die sind oben ja die sind bei der Werkstatt da haben sie runter geschossen Achtung eure Drohne hat eine Treppe hier war der ASAC Service ja eure Drohne hat eine Bombe gefunden schwarzes Auge Alibi oh sie haben so ein Maestro ach ne schwarzes Auge ist ja Kamerafrau Fragezeichen ist Krieg einsatz 15 Sekunden hm muss jetzt mal drüber fahren mit der Drohne rück zur Bombe vor und entschärft sie Kamera rechts kaputt das tut die jetzt hm ja hier links sind sie ja immer rausgepft schon zweimal immer ist auch gut oh ne da hinten der entschärfer aber draußen Wolltest du den? vielleicht wenn ich nicht sterbe gib dir Feuerschutz weil das eine Fenster ist offen ok das andere Fenster weiter hinten Kameras können draußen sein die Waffe steckt in der Wand pass auf das Fenster da ist offen und hast du schon einen Plan wo wir reingehen? wir haben nur noch 2 Minuten die halbe Minute fehlt wie sie weggenommen haben wie sie weggenommen haben bist du schon drin? ne da gibt es keine Luke irgendwo ist jemand raus ah ich komm zu spät ja der ist nochmal raus er wollte nochmal raus kommt hier schon wieder jemand raus oder war ich das jetzt? ich fahr jetzt mit der Drohne mal vor und guck ob ich hier reingehen kann mal in der Nacht 1,20 achso ich wollte jetzt schon losfahren Zeit für etwas Krach Zeit für etwas Krach ja Alibi hat ihre Hologramme alle 3 zusammen äh aufgestellt ok ich geh mal nach rechts rum der ist jemand ich lade nach nur noch Spritzen man da könnt ihr mal eine Spritze geben der ist glaub ich links ich werd entdeckt der ist in der Werkstatt ok dann geh ich noch rechts rum ja mach da bei A mach bei A einfach der ist hier hinten er ist ein seine ok ich werd entdeckt Mist ja ist egal mach einfach ok entschärfer ist online und aktiviert achso ich bleib einfach da ich hab den entschärfer auf und okay was ist denn das ich finde immer die neutralisiert eigener Druck erfolgreich aber er hat sich nicht geheilt ey er wollte es halt genießen ach das war knapp ey Alibi hat ihre 3 an der an dem wo du mich erschossen hast alle 3 nebeneinander gestillt ok mach ich jetzt auch oder lass sie da stehen und erschieß dich ey ey oh jetzt hat haben sie aber sass oh wir sind nur noch zu viert 5 von 8 ah siehst du die außen kameras zählen auch als was wirklich als drohnen ne ne also zumindest in der vergangenheit nicht als die herausforderung mal kam als ich mal drauf geschaut habe ich hatte gerade und das hab ich das ist doch Alibi kram zerstört oder ah ne ist ja keine drohne hehehe 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 ach jetzt bin ich ja fast eine Runde rum gerannt ist zu Ella geht auch weg ich guck mal außen kameras bei der Tankstelle ist jemand man kann nicht so weit rechts gucken zur Tankstelle ist schade ich rufe meinen Begleiter zeigst du etwas Ablenkung mach die jetzt ich bleib mal bei der A-Bombe hier ist nämlich niemand ich mach die jetzt, komm gut nö hm verletzt Kapschfrau die lassen es aber lange leben wahrscheinlich aus der Entfernung angeschossen Ella geht hin weh die stirbt jetzt die Ella und Ella auch oh ne scheiße nein ne schon wieder am Gamping ist jemand im Nebenraum ja die machen hier die Decke auf hm happa happa nein von der Zettel ich hab's doch gehört ey Ashes links Ashes links Ashes links ja rechts jetzt hier ist auch jemand ja schieß drauf trifft nicht du aber auch nicht ja ah die hat ein stehendes hologramm nicht getroffen ja hat versuche ja oder sie hat's mit Absicht gemacht um zu gucken ob du dich bewegst ich hätte auch ganz das wär's gewesen wenn ich trotzdem Alibi da gewesen wäre nicht das hologramm eiskalt nicht bewegen an der Stelle das blöde war ich hab mich an der Tür da plötzlich hingestellt und runter die äh um die Treppe runter zu gucken haben sie da mit der Shotgun reingeschossen und die haben ständig reingeschossen mit der Schraubflinte happa happa Naja, deswegen ja. Die haben mich ja da getroffen. Wir sind immer noch zu viert. Nicht da bei Ali, wir haben noch eine Bombe aufschwören. Nee, kann man durchhüpfen. Ja, ist schon. Ja, schon wieder Schrotflinte im Einsatz. Ja. Tja, wo sind sie jetzt? Ich suche mal eine Treppe. Ja, oben da. Treppe gefunden, im Norden ist eine. Im Nordwesten. Äh, deutschen Bremse, glaube ich. Wir kennen noch keinen... Hm. Mehrere als Ausgang. Dann bleibe ich draußen. Da bin ich immerhin sicher. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Kimono hat sie an. Vielleicht. Im Erdgeschoss. Einer identifiziert. Oh, die haben... War das Mozzi? Oder war das Jäger? Hm. Jäger ist identifiziert. Ich fahre nochmal mit der Drohne vor. Wir müssen wissen, wo wir hin müssen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich vorhin war. Ich geh mal zum gelben Ping. Wir sind da, wo wir vorhin waren, glaube ich. Bei der Garage. Bei der Werkstatt. Jetzt muss ich die Werkstatt noch finden. Na, da, wo wir gespawnt sind, ist sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ich weiß nicht, ob ich den will. Jetzt mach dir den Entschärfer vor die Füße und hin. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Drei. Ich finde mich hier nicht so echt. Äh, 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 niedergeschossen. Oh, was weh. So, jetzt habe ich die Garage gleich. Ist in der Garage selbst nicht. Vielleicht da oben. Äh, über, äh, überall. Da, wo wo... Bin ich gerade unterwegs. Wo ich dich umgebracht habe. Ja, hier ist auch zu. Da. Ach, jetzt Ubisoft, jetzt markiere doch die Bombe. Ey, ich fasse es nicht. Achso, wir haben den Entschärfer nicht, deswegen. Ach, scheiße. Oh, nein. Okay, ist doch nicht so wichtig. So, ich mach mal mit. 1,30 noch. Oh. Du machst mit? Ja. Da ist auch immer, ne? Soll ich denn die markieren. Jetzt, äh, so von dir aus gesehen links. Vier Schadenspunkte bekommen, Mann. Oh, leg dich wieder hin. Mann. Ich werde markiert. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Kraftschraub ist schon rückgelt. Ich werde die ganze Zeit markiert. Lesion haben sie, Lesion. Naja. Das stimmt, passt sehr schön. Sehr gut. Die ganze Zeit werde ich markiert. Na. Hä? Hab ich den jetzt nicht getroffen? Ich hab den noch mehrmals an der Schulter erwischt. Anscheinend nicht. Er fliegt sogar Blut. Also Blut ist zumindest geflogen. Also getroffen habe ich ihn, aber er hatte zu viel. Ich bin flogen. Blut fliegt. Na, so Flatter, Flatter. Nee, fliegt rum. Nein, das ist keine Flügel. Flatter, Flatter. Mann, hier müssten wir doch hier... Ubisoft schickt aber auch niemanden nach. Braucht doch nur noch zwei Runden Sass gewinnen und eine MP. Okay. Oh, von Smoke haben sie ja ein neues Symbol. Die sind alle neu geworden, die Symbole. Also meinst du das Symbol mit der Rauchwolke unten, ne? Weil du Gas gesagt hast. Gleicher Raum wie vorhin für uns, ne? Oh, jetzt liegt hier ein Mattenpaket. Mannung, die Gegner haben eine Maske. Nö. Ist ja so einer. Nur noch zehn Sekunden. Also langsam bekomme ich Sinn mit dem nochmal die andere Taste drücken. Mehr ist immer gut. Tankstelle ist schon kaputt. Was ist das? Zwitsch? Nee, Termit. Alle Außenkameras kaputt. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Detail gelegt. Sicherheitsabstand halten. Ich werfe den Förder. Nicht, dass die hier wieder von oben aufmachen. Oder kann die von oben... Nee, hier ist ja oben. Quatsch nicht mehr. Ich sorge für Ablenkung. Jetzt sieht doch nichts mehr. Spiel doch meinen Joker. Nein, ich sorge für Ablenkung. Hm, Twitch. Das ist nicht gut. Ich habe direkt hier platziert. Ekoate. Bei Kapkan. Habe ich jemanden erwischt? Na gut, wo ist der? Siehst du ja auch. Drohne fährt. Ich schlug. Lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Keiner bei der B-Bombe. Das ist aber ungünstig. Bleib doch hier. Träger aufgehalten. Oh. Ah. Die schießen durch die Wand. Am gelben Pinge ist der Träger. Äh, der Einschärfer. Blend fliegt zu mir. Sei genug? Warte, ich bleib liegen. Danke. Ah, von hinten. Ah, von hinten. Ah, von hinten. Ah, passt nur noch 20 Lebenspunkte. Das waren mal 50. Ich habe den ewig angeguckt. Ich dachte, das wäre so ein Windroll-Ding, wie das draußen rumrollt in der Wüste. Das ist aber auch interessant. Man bekommt nur noch 20 Lebenspunkte, wenn man wiederbelebt wird. Nicht mehr 50. Ich habe gedacht, Back werden der letzte schon, aber dann war noch 10. Voll lustig. Ich habe den ewig angeguckt und habe mich geschossen. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Tschüss.